Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit dem Trophäe zurück in die Punkt, Punkt, Punkt von Metro Last Light. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr in der Totenstadt alle Visionen bekommen. Auf jeden Fall, ihr wiederholt einfach die Tote Stadt. Insgesamt gibt es da sieben versteckte Visionen und ja, oben rechts seht ihr, wo ihr ungefähr seid, bzw. ihr seht genau, wo ihr seid, bei welchem Teil, bei welcher Vision. Und ja, ich glaube, übersichtlich genug ist es wieder. Genau, so sehen Visionen aus, das seht ihr okay, Visionen habt, alles klar. Ich kann weiterlaufen zur nächsten Vision. Und egal, auf jeden Fall, in der Beschreibung sind noch die Links von den Playlists von Metro Last Light und Metro 2033, wenn ihr da auch die Erfolge haben wollt oder alle Erfolge haben wollt. Und noch für meine Unterstützung, wenn ihr mir helfen wollt, dann der Facebook-Link. Könnt ihr auch mal draufklicken und liken und jo, dann lasse ich euch mal in Ruhe den Erfolg machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Geh mal lieber meine Familie. Er versteht nicht, dass er tot ist. Er versteht nicht, dass er nicht so gut ist. Das ist kein Schatten. Das bist du selbst vor langer, langer Zeit.